hey leute hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ls20 hier auf der big wir werden heute unser wunderbaren neuen schneitwerk kombi krassen und zwar wenn wir können direkt in schwarz legen dass wir mit der ballenpresse direkt ballen wickeln und pressen können da haben wir nämlich noch einen test vor uns wenn die presse gut ist wenn wir die vielleicht sogar kaufen ja wie auch mal wie gut läuft jawohl ja so gefällt mir das ich glaube der schwarze fendt der kommt relativ oft auf titelbild oder aber was wird zu machen da muss er halt hin okay kommen wir schneiden hier erst mal das vorgewinne im wahrsten sinne koffer das sind eine massen klappt weil der helfer hat ja so seine problemchen die mit der schrägen feldkante habt vielleicht ist mit dem schneitwerk wieder kein problem weil der hat ja links und rechts den ausleger quasi sagt mal na so aber er kriegt trotzdem erstmal sein vorgewinne und dann schauen wir mal weiter ja guck mal wie geil so wünschig bittet mit jabs noch so große nachfrage haben wir kohle kriegt ja zehn uhr geil so sind wir noch auf kurs also halbwegs koffe nur das gras schwarz nicht zu dick wird wir werden heute auf jeden fall so viel mähen wie wir schaffen schön wäre natürlich wenn wir alle wiesen abmähnen mal gucken vielleicht kriegen wir das ja hin so ich war zwischen den folgen wirklich fleißig ich hab mich mal echt dran gehalten an dem was ich mir selbst als aufgabe gestellt habe und habe geguckt welcher radlader und sich denn einigermaßen macht in verbindung mit der schaufel die gerne haben wollen würde die schaufel die hat man schon auf der pioniers map zum eisenerz schippen und zwar diese gemoddete abkipp schaufel die macht ihren job ja nicht schlecht so ich würde den helfer hier erst mal helfen lassen oder so wir kloppen den hier rein und dann schauen wir mal was er veranstaltet vielleicht läuft es ja na weil erstmal sieht es ja nicht so schlecht aus was hier passiert und ihr habt ja mehr oder weniger darauf gedrungen dass wir endlich mal vernünftige technik kaufen ähm ja ich weiß nicht das fällt mir oft irgendwie auf dass ihr sagt ja mensch benutzt doch dit und benutzt doch dit und nehm dit und nehm dit dit gibt dit im mordhack und hier und da dit meiste kenne ich ja meistens gibt es doch gründe warum ich irgendwas nicht verwende meistens falle ich es nicht verwenden möchte weil mir dit aus irgendeinem grund dann immer nicht so gefällt so jetzt bin ich gespannt was macht der helfer er meht bis da und er hat den dienst noch nicht quittiert jetzt muss ich gucken wie er umdreht er fährt doch hoffentlich die wiese nicht komplett zurück oder nein also doch nein er wird ein dreieck stehen lassen oder und wir brauchen zwei streifen vollwände hier an straße so wo fängt er an wie weit fährt er zurück bis da ne das ist mir noch nicht ausreichend oh gott dann müssen wir nochmal ran er kriegt zwei streifen der hat angst vor der straße und dann kann ich ja verstehen ist er auch eigentlich bekannt für den helfer dass er sich vor der straße ganz doll sträubt so egal dann machen wir hier nochmal einen streifen und dann passt das haben wir mit dem anderen ja auch gemacht da sind wir manchmal sogar dreimal hin und her fahren ich habe aber hoffnung dass er eine verdammt gute arbeitsbreite macht und dementsprechend doch ordentlich fläche weg schafft so und dann fahren wir wieder zurück dann gucken wir mal oder wollen wir ihn hier ansetzen ich habe halt bedenken dass der helfer wieder den dienst quittiert wobei jetzt haben wir andere bedingungen wir haben andere technik die unter umständen vielleicht besser auf jeden fall anders funktioniert so wir lassen den einfach mal machen das klappt schon wir gehen jetzt nämlich zum shop und gehen shoppen und zwar habe ich mich für diesen radlader entschieden der bray aus großbritannien der sieht schön oldschool und knackig aus der kostet 23.700 das ist eigentlich immer ja nischt und wir holen uns ähm radladerwerkzeug wir gehen komplett rüber dit 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 ganz schön weit ja ähm so wir wollen nur eine schaufel und zwar diese mhm mit der Füllvolumen Variation das ist die Frage welcher grauton das 16.000 also guck mal für nicht mal 40.000 haben wir jetzt einen großen Radlader gekauft wie gesagt die schaufel die hatten wir vorher schon die die habe ich schon Ewigkeiten im Modordner ähm da hat auch mit den Füllvolumen irgendwann nicht gestimmt ich möchte sagen dass ich da auch nochmal in der xml drin rumgekragelt habe ich wollte das damals glaube ich für die Western Wilds da wo wir da mal unterwegs waren da haben wir ja mit ähm Terrafarm haben wir ja Steine gefördert mit dem Radlader in den Lkw und daraus haben wir dann Gold gewaschen ja du da kommt die Schaufel her da hatte ich mich denn erstmal so richtig intensiv mit großen Radladerschaufeln beschäftigt weil sonst hatte ich eigentlich immer andere Sachen Fermenter und sowas ne da brauchst du keinen Radlader so wir beobachten mal die Materie hier ich will mal gucken wie er hier umdreht was er so macht jetzt prescht er volle Metz auf die Straße jetzt dreht er um also er hat seinen Dienst noch nicht quittiert das muss man ihm schon mal hoch anrechnen eigentlich so ja halt stopp nicht so weit perfekt ich glaube das läuft na dann können wir einen Radlader abholen sehr cool das ist das Ding ne wenn wir dann zuhause sind dann dürfte er vielleicht sogar schon fertig sein mit der Wiese und ja damit wollte ich eigentlich äh Silage schippen mehr wollte ich damit gar nicht nur Silage schippen weil in die Schaufel geht ordentlich was rein die gibt es ja leider nicht für einen Frontlader für einen Traktor oder für einen Teleskoplader sondern nur für einen Radlader die Schaufel schade eigentlich aber hey aber wir geben gerade die Kohle in vollen Zügen und mit vollen Händen aus wir hatten fast 400.000 auf Tasche ja die sind weg ja wir haben jetzt einen coolen Radlader so und da hinten wird die Miet sogar recht zufrieden stellen ich hab ja immer noch die Hoffnung wenn wir die Silageballen verkaufen dass wir da wieder Kohle rankommen ich hab natürlich auch längst wieder vergessen wie viel Kohle wir beim letzten Mal Silage verkaufen bekommen haben ähm ja ja sieht doch voll geil aus guck mal da kriegt der schon wieder Fotoideen oder auch nicht jetzt ist er vorbeifahren ne toll warte warte der dreht nochmal der kommt nochmal wir müssen Heu fahren der hat ne Luftdruckbremse cool den mag ich ja so da kommt der hier gleich vorbei oder jo jetzt setzt er an ey guck mal wie schnell wie schnell der die Wiese abmäht oh und das liegt alles im Schwad das ist so geil so wünsch ich bitte schön Mensch jetzt haben wir glaube ich einen guten Kurs wie gesagt hier ist auch das Feld gerade das wird sich gleich auf den anderen Wiesen herausstellen wie gut sich die Kombi am Ende macht der Radlader fährt so schnell wie der Trecker mäht so ich würde hier gleich immer Heu mitnehmen sind wir hier richtig mach mal hier lad mal hier heb mal her ja wir kriegen ja auch nur Heu ne nischt andere ok 13.000 Liter die geht ordentlich weit rein so der Fermenter ist eigentlich brechend voll aber hier fehlt Heu oh der Arm bewegt sich schnell das ist geil wir brauchen ja nicht stundenlang warten bis der fertig wird und ne Abkippschaufel das ist sehr sehr dankbar entlädt doch recht schnell schön und jetzt die Leute da läuft die Mischfutterproduktion ok so jetzt steht da natürlich der Teleskoplader am Weg ähm wollen wir wir gucken erstmal was macht denn er hier der hat mir nämlich fast gedacht dann müssen wir hier nur mit dem Frontenmähwerk mähen oder das machen wir mal schnell selber die meckert immer mit meiner Kameraführung ich merke es gerade schon wieder selbst so dann mähen wir nur mit dem Frontenmähwerk ähm das dürfte eigentlich klappen dann hätten wir die erste Wiese schon mal weg ist zeitlich echt nicht schlecht ne elf Minuten für die große Wiese hier kannst du nicht meckern kannst du nicht meckern und ist schon im Schwart wir sparen übel Arbeit ah verdammt jetzt bin ich mir gerade nicht so sicher ob die Ballenpresse die wir haben mit der Schwartfunktion ach man das ist nämlich die Sache daran es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und Varianten und Geräte ach ja naja so Gras ist die Mähd auf der Wiese wir sind durch dann würde ich mich mit dem Radlader aber jetzt nochmal schnell gerne beschäftigen der Teleskoplader kann seine Schaufel eigentlich abgeben Teleskoplader wirkt ah wieso das ist für Kartoffeln ne ja da können wir auch mit dem Radlader rumfummeln das Ding brauchen wir vielleicht noch wenn wir Holz machen aber die brauchen wir nicht mehr oder brauchen wir eine Paletten ja doch die Palettengabel behalten wir mal noch wenn wir mit Big Bags rumfummeln aber das Ding kann weg so dann fahren wir mal beiseite und er wurde ersetzt gegen den Neuen Cutlader wow ne ich find den cool boah wo kam denn der her ich glaub den hatte ich zusammen wo die äh Brennholzproduktion aus dem Giants Mod hab wo die zusammen kam ne da hatte ich den auch mit in der Mod Vorstellung gehabt also der ist auch schon ne Weile unter uns hier der war auf jeden Fall in irgendein Mod Vorstellung schon mal mit dabei ok so genau so wie ich mir vorgestellt sehr schön fahren wir den zurück in Silo ja da steht er nicht im Weg rum für wen ist das hier Teleloader ist das für ein Traktor oder ist das für ein ich glaub das für ein Teleskoplader ne dann hängen wir da vielleicht wieder ran dass wir nicht durcheinander kommen und der Radlader behält die Schaufel und fertig ich will den eigentlich nur zum Schippen haben hier für mehr brauch ich den gar nicht aber der ist halt günstig komm dann nehmen wir den hier wir wollen endlich Gras mähen jetzt fummeln wir schon wieder mit den Dingern hier rum ich weiß das ist schlimm so da 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 ne ich glaub das war für den hier oder? war das seins? ja ok dann fahren wir den zurück zum Schafsteig ach wir müssen jetzt eigentlich ein bisschen Kartoffeln schieben dass das Förderband ordentlich arbeitet apropos Förderband ich war ja zwischen den Folgen kurz aus dem Spielstand raus wir müssen da die Kartoffelwaschmaschine wieder aktivieren wegen Geld Geld wir brauchen mehr Geld aber ich bin mit den Schneidwerken sehr zufrieden ich ärgere mich gerade nur weil wir jetzt die Ballen aber wobei die Quaderbeinpresse die funktioniert auch ohne Schwartfunktion das ist dann an sich gar nicht so schlimm wir haben auch die andere verkauft ne? boah wollen wir die andere behalten wenn wir sie holen ich müsste mich da nochmal mit dem Preis so mal schlau machen auseinandersetzen so wir lassen den hier stehen wir steigen hier ein hallo Teilnehmer ich veräppeln hallo 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 wo ist er an ah aha Kartoffeln wird hier nicht angenommen natürlich ist das voll? kann nicht sein aah diese Förderband macht mich fettig Kartoffeln fehlen? dann macht die da rein natürlich werden da Kartoffeln angenommen jetzt aber oder? ja jetzt läuft wieder hä? ich muss das nicht verstehen wie wäre denn weiter Gras mähen? so Abfahrt sehr schön sehr schön ne komm dann machen wir heute mal andersrum dann mähen wir die ganzen Wiesen und dann bewegen wir uns nachher in die andere Richtung wir schießen über die Straße und packen alles wieder aus jetzt müssen wir mal gucken wie lange sich das hier entwickelt zeittechnisch aber ihr könnt mir vorstellen dass das ja nicht so schlimm wird mit dem Baum ist halt hart nervig ne warte mal wir müssten hier vielleicht schon mal anfangen mit dem Frontmähwerk so dann packen wir das dazu und dann geht hier die Luzi ab jaaa endlich da habt ihr alle lange drauf gewartet ich weiß ich weiß das doch so ich habe es doch schon angekündigt ne dass ich diese Kombi gerne wieder haben wollen würde wie wir sie auf der Elm Creek Map hatten aber die funktioniert halt einfach Kurvenfahrten müssen wir mal gucken ist so ein bisschen naja ich hatte ich glaube ich auch mal eine gezogene Variante obwohl das wie so ein Anhänger war ähm ich glaube da war die Arbeitsbreite noch höher ja aber das hier ist schon ok ich habe jetzt eigentlich geguckt wie breit war das wir mähen sehr viel weg das Schwad wird sehr breit Baum 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 Hilfe Baum passt ja enge Kurven ist halt so ein Ding würden wir das einfach nur breitschmeißen wäre egal aber wir machen gleich mit Schwadablage dementsprechend ja oder wir müssen dann mit der Presse halt zweimal drüber oder wir lassen einfach was liegen das ist eigentlich nicht nach meinem Empfinden aber wir können natürlich auch so machen ja dann legen wir das hier aus und dann fangen wir hier drüben einfach neu an so das geht auch und dann klappt das schon so super wenn wir den Rand immer rum haben dann ist der Rest der Kinderjahrten ich glaube der wird die Mähzeit stark verkürzen deswegen ist das jetzt ja nicht mehr so schlimm dass wir so viel Wiesen zum Mähen haben das sollte hiermit relativ gut machbar sein also ihr denkt ja mal so an eine halbe Stunde ungefähr und das würdet in so ein Video verpackt bekommen und das bringt mir nichts wenn wir Wiesen haben ohne Ende aber wir für 10 Stunden brauchen um die alle abzumähen wäre zwar geil weil würde halt Ballen bringen bis der Anhänger platzt aber ja wann würdest du das machen ne ihr wollt ja keine 20 Folgen nur Grasmähen sehen würde ich auch nicht wollen sei ganz ehrlich ey ne wisst ihr was wir machen wenn hier was stehen bleibt dann lassen wir einfach stehen so sind wir jetzt nämlich schon drauf ja ja ich würde hier einfach wieder zurückfahren oder macht sich vielleicht mit der Presse am Ende vielleicht am besten die andere Wiese und mein Viehhandel das könnte mal interessant werden ich hoffe dass die Schneidwerke einigermaßen performen wenn wir unebenen Boden haben können wir alles testen alles ausprobieren heute stellenweise bin ich da auch recht interessiert wie die Sache so funktioniert und auf dem Elm Creek da war alles glatt ne da gab es keine Unebenheiten oder sowas da war alles äh quasi mit dem Bügeleisen immer platt gezogen da gab es gar keine Probleme da war höchstens Kurvenfarbe ein bisschen komisch dass da 2 Grashalme überlebt haben aber der Rest war ja eigentlich ziemlich easy so hier machte Frontmähwerk quasi alles alleine ähm ja jetzt bin ich am überlegen ob wir vielleicht sogar die alte Mähtechnik verkaufen die alten Schneidwerke oder wollen wir die doch noch da lassen Schaden kann der nicht wenn sie da bleiben oder weil dann kann man vielleicht doch nochmal mit was andere Drasen mähen das Ding ist wir werden auch nie wieder Heu wenden weil wir haben die Heutrocknung wir werden wahrscheinlich immer Gras in Schwade mähen und das dann abfahren oder pressen denke ich mal so habe ich fertig Flasche leer ok dann Pesen wir sofort rüber wir packen das hintere mal zusammen dann ecken wir nirgendswo an ja das macht sich Leute das macht sich hast du Fläche bist du damit gut dabei eigentlich war auch ein Grund warum ich den Fenty kauft habe dass wir uns mal mit vernünftiger Technik auseinandersetzen können an so ein Zetor brauchst du das Ding hier nicht anhängen der macht dann einfach nur einen Mittelfinger hoch und sagt du kannst alleine mähen ich nicht ich bin da raus deswegen ist schon ok dass wir den großen Trakker haben hier Trakker nee Trakker Traktor Traktor Trakker Trakker so da hast du oder wat ihr eifrigen Passanten sagt mal wat coole Mähkombi oder kann man rüber klatschen los macht wat hier vorne der Abhang zum Beispiel wäre schon schön wenn er da vernünftig mäht oh kurve oh god ich denke mal nicht an das große dicke Schneidwerk da hinten dran ah stellenweise setzt das noch mal ein bisschen aus aber im Großen und Ganzen läuft das eigentlich natürlich ist ok oder also ich wäre jetzt so frech und würde dafür gut befinden erstmal ah ja klar bei der kleinen Wiese hinten bei dem Windrad da wird nochmal interessant weil da müssen wir eigentlich alles zusammen stückeln da müssen wir immer gerade Bahnen fahren und uns da irgendwie da zurecht finden oder wir lassen die Wiese vielleicht doch einfach mal aus ich mein da kommt auch ein bisschen was zusammen so haben wir das denn jetzt hier so richtig nicht ne so wir fahren einfach mal hier die zweite Bahn rein Huch Huch die wollten ja aussteigen die wollten absenken so Theoretisch ja Curseplay wäre jetzt halt wieder cool Stimmt und die Wiese bei uns am Schafstall die ist ja auch alles andere als gerade dann mal sehen Guck mal wenn wir hier in der Kurvenfahrt so kleine Streifen stehen haben da kann ich fast mit leben und da würde ich dann wieder in Bahnen fahren glaube ich ja und Abfahrt Oh yeah das läuft Ja Hätten wir jetzt nicht mit dem Radlader rumgefummelt wären wir wahrscheinlich auch besser in der Zeit weil die guckt gerade ähm mit dem halben Stundentakt so ungefähr ne mit Grasmähen also wir haben noch ein bisschen was vor uns wir haben noch die Wiese hinterm Viehhandel und wir haben noch die Wiese beim Windrad und die Wiese am Schafstall Ich glaube das ist alles machbar wenn man mal richtig durchzieht und nicht mal so rumtrödelt wie ich das mache dann sollte das eigentlich locker zeitlich verpackt werden können so mit dem anderen Schneidwerk oder einem anderen Mähwerk was ihr sagt sind wir am Ende auch immer bloß wahllos hin und her gefahren um zu gucken dass wir jeden Grashalm treffen sind geile hierbei wir haben halt jetzt mehr Arbeitsbreite und wir sparen uns den Schwaden also ist eine Win-Win Situation in jeglicher Hinsicht so ja komm dann fahren wir jetzt mal hier unten lang dann machen wir doch wieder wahllos ich wollte endlich immer schön brav in Streifen fahren aber unterm Strich ist das ja wurscht na wir fahren aber hier nicht um die Kurve sondern wir lassen die Schwade hier auslaufen das müssen wir eigentlich umdrehen wenn wir jetzt hier noch ein zweiter drin zimmern wird es wieder bescheuert aber komm ja lass mal umdrehen so nämlich die generell ich finde so wenn die Felder sich so zusammen Dreieck entwickeln man muss sich da echt für eine Richtung entscheiden in der man weiter arbeitet weil wenn du sonst immer von jede Ecke neu ran fährst irgendwann da Ja, machst du Spießrutenlauf und dann dauert es ewig. Das machen wir hier in der Richtung weiter und dann sind wir fertig. Zwei Streifen rum, wäre aber bald besser. Ne, wir testen. Kriegen wir aber alles raus. So. Ja, zwei Streifen reichen. Dann können wir nämlich einfach in einem Zug umdrehen. Weil hier wird es die Gefahr, dass wir auf dem Weg den ganzen Gras wegmähen. Das möchte ich nämlich nicht. So. Und Action. Haben wir die auch gleich weg. Siehst du wohl. Ne, komm, lass mal heute zwei, drei Minütchen länger machen. Ich würde die Wiesen alle runter haben. Dann können wir beim nächsten Mal nämlich die Ballenpresse benutzen. Haben wir die schon mal getestet? Ähm. Wenn ja, dann glaube ich aber auf der Forgottenlands, ne? Möchtig sagen. Bin mir da gerade nicht so sicher. So, wir hätten diese Wiese fertig. Ich glaube, die fühlen, die ist hier ein Gehweg und keine Straße. Also, weil hier Fußgängerverkehr ist. Wahnsinn. Ich komme. Seh nix. Hab da acht Meter Schneidwerk vorne hinten dran. Lass mir durch. Ich bin am überlegen, Leute. Wir bräuchten noch eine richtig geile Nebenproduktion, die richtig Geld ballert. Kalkproduktion wäre... Hatten wir schon mal das Thema, ne? Weil wenn wir die über Nacht laufen lassen, vorspulen und auf Direktverkaufen stellen, dann sind wir sehr viele Geldsorgen mit einmal los. Aber ich denke, oft dann ist der Anreiz weg, ne? Wenn wir einfach die Kohle haben und dann nichts mehr machen brauchen. Ähm. Ja, wofür machst du denn das denn? Oh, hier haben wir jetzt ja nochmal ein Problem. So. Bis hart an der Wasserkante ran. Machen wir das so. So. Das meine ich, ne? Die ist halt jetzt größer, die Technik. Und dementsprechend sind die Lenkradien noch anders. Aber das kriegen wir hier schon gut hin, denke ich. Warte mal, was mich jetzt interessiert. Wir haben doch einen Schwader. Der hat eine Arbeitsbreite von 8,4 Meter. Ähm. Ne. 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 Verkaufen. Nein. 10,2. Okay. Also wir sind hier mit dem Schneidwerk jetzt schon breiter wie der Schwader. Das ist ja mal eine Nummer. Also knapp zwei Meter breiter. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Okay. So. Ah, warte mal. Hier hinten wird aber schwierig mit der Ballenpresse, oder? Dann machen wir das so. Dann lassen wir eine Ecke frei. Kann ich mit leben, glücklich. Ja, dafür, dass wir uns mit Schwaden sparen. Dann haben wir vielleicht einen halben Ballen weniger oder so am Ende. Dies passt schon. So. Hier nicht zu viel freilassen. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. So. Naja, so ungefähr. Ja, und dann in die zweite Runde. Aber man muss ein bisschen mehr fummeln. Um in die Eckenreihe zu kommen. Vorhin der Helfer hat ja auf dem geraden Stückchen Wiese da, da hat er richtig geil, ne? Das war, da brauchst du ja nichts machen. Du brauchst dich um nichts kümmern. Du brauchst keine schlechten oder irgendwelche Sorgen haben, dass irgendwas passiert. Der macht einfach, was schön ist. Mit 10 Metern bist du echt gut dabei. Und ich bin echt erstaunt. Ich muss immer wieder darauf zurückkommen, wie oft mir der Big M empfohlen wird. Oder vorgeschlagen wird. Ähm. Na, ich weiß nicht, ob das schon mal untergegangen ist oder so. Aber ich verwende den Big M halt einfach nicht, weil ich ihn einfach nicht mag. Ne? Manchmal spiele ich halt mit Sachen nicht, weil ich sie nicht mag. Zum Beispiel die große Walze. Die ganz große Dalbo-Walze. Die ist zwar geil, weil die hat Arbeitsbreite ohne Ende. Aber der Helfer stellt sich damit hochgradig dämlich an. Deswegen mag ich die nicht. Also die muss im Helferbetrieb sorgenfrei und vernünftig funktionieren. Sonst kommt mir das Zeug nicht unbedingt auf den Hof. Auf Note drohen vielleicht ja. Ich mein, auf der Forgottenlands, da haben wir sie jetzt. Aber ich weiß nicht, ob die dauerhaft bleibt. Vielleicht ist ihre Aufenthaltsinnehmigung auch bald abgelaufen. Und dann... Ja, vielleicht werden wir mal sehen. Wie die Sache sich da so entwickelt. Weil ich bin damit absolut nicht zufrieden, ne? Wenn der Helfer da nach jeder kehrt, wenn der sagt, tschüss, ich hau ab, mach alle jene, ich hab keinen Bock mehr. Ja, das fährt halt nicht. Also ich muss mich schon darauf verlassen können, dass der Helfer seine Arbeit vernünftig macht. Weil dann können wir in der Zeit nämlich produktiv andere Sachen machen. So, wenn wir... Ha, wir müssen mal ein Stückchen weiter rausfahren. Dann können wir nämlich mit einer Kehrtwende in einem Zug wieder direkt rein in die nächste Grafschwarte-Schichte hier. Ja, wobei hier auf der Ecke, hier lüftet recht spitz zu. Also das Feld hier ist eine ganz schöne Fummelei irgendwie. Das geht, aber naja. Aber es geht gleich durch, guck mal. Vielleicht, wenn wir Quaderballen oder generell Ballen wickeln, wäre an sich nicht schlecht, wenn wir die Schwade sowieso ein bisschen gerade legen und nicht kreuz und quer. Sonst haben wir ständig die Ballen vor der Nase. So, das war das Feld hinterm Viehhandel. Zwei haben wir noch, die beim Schafstall und das hinten am Windrad. Geht aber nöt, zeitlich sind wir gut dabei, möchte ich sagen. So, macht was ihr wollt, wir fahren hier lang, ohne euer komisches Verkehrschaos. Wie die Reifen sich breit quetschen, ich mag das. Guck mal. Ja, ist schon ein bisschen hübsch. Wie die Plane flattert, finde ich immer sehr merkwürdig, ne, vor dem Schnelldweck, aber hey. So. So, bevor ich wieder Anmerker von euch kriege, ich klappe mal das Schnelldweck ein, ne. Dann sind wir nämlich noch auf, na, zweieinhalb, drei Meter, weiß ich ja nicht. Ne, die Spur ist drei Meter, zweieinhalb Meter, ne, dann sind wir hier. So, einmal da lang und, oh, der Acker hier ist halt schön, Ernterei. Ich hätte halt Bock auf Tröscher fahren, aber. Ne, wir machen Silageball. Ne, wir fahren hier lang. Und dann schießen wir hier direkt rein. Action. So, wird gemäht. Ne, cool, ich glaube, überhalten das. Die fällt mir. Hier ist Baum, okay, aber wir kommen relativ dicht ran, das ist schön. Zack. Und wenn am Ende wirklich mal irgendwo ein bisschen Gras liegen bleibt oder stehen bleibt, spätestens beim nächsten Gras-Schnitt ist alles wieder weg. So. Tja. Irgendwie mag ich die kleine Wiese hier hinten. Da ist mal nicht viel Ertrag. Aber ist mit Herausforderung, um das Windrad herum mähen. Das einzig Geile ist, wir müssen jetzt nicht gucken, dass wir mit einem Schwader alles rausgefummelt bekommen, sondern das macht das mit Schneidwerk schon alleine hier. Wird schön mittig hingeschmissen. Wir brauchen jetzt noch keine Kreise mehr drum herum fahren, sondern wir werden einfach knapp an der Betonkante vorbei. Sehr schön. So, mal rückwärts. Wir lassen einfach laufen. Und da nochmal lang. Ja, wir wissen nicht, wollen wir hier die kleinen... Ja, komm. Ein bisschen lassen wir stehen, oder? Dann brauchen wir jetzt hier jetzt nicht großartig ihn anspielen, hätte ich gesagt. Ja, wir hätten noch ein Stück weiter fahren sollen. Ja, mein Fehler. So. Bis durch. Dann nochmal hier zurück. Also ich sag, der Zwischstreifen ist perfekt. Vollwinde. Fertig. So, dann pisen wir noch rüber zum Schafstall und dann hätten wir was. Das läuft supi. Nee, nee, ist echt cool. So, hatte ich schon fast wieder vergessen, wie... Ey, warte mal, wir können doch hier durchschlüpfen. Wir sind doch schlank. Siehste. Und fangen wir einfach... Äh, ja, wir fangen hier einfach mittendrin an. Nee, in der Zeit, wo er am runterklappen ist, fangen wir dann doch da hinten an. Also die Schwaderfunktion ist echt Ehre. Deswegen wollte ich mal ein Schwadmäher haben. Ähm, das ist bei Nau nicht die Arbeitsweise, wie ich es immer haben wollte. Ne, vorne Mähwerk, hinten Mähwerk mit diesem Versatz und so. Aber funktioniert gut. So, jetzt wird wahrscheinlich was stehen bleiben. Ja, aber der Lenkradius... Ja, wobei... Das würde sich erst zeigen, wenn wir wegfahren, oder? Also das war gerade noch okay. Ich möchte sagen, da ist fast gar nichts stehen. Hier blieb mal ein Gras. Das ist das halt, was mich so stört. Beim Schwadmäher fährst du rum und dann ist ab. Ne, hier müssen wir halt trotzdem gucken. Ich weiß... Komm, lass mich machen. Mach das hier nicht zum ersten Mal. Also das ist das... Hatte ich letztes Mal schon gesagt, ne? Das nervt halt richtig. Dass man hier auf das Land keinen Zugang hat, obwohl das eigentlich dein Land ist. Ja, jetzt merken wir die Nummer. Ah, aus. Aus. Ja, hier müssen wir mehr Stücke. Mit dem anderen sind wir mal rumgefahren. Hier müssen wir ein bisschen mehr... Äh, ja. Ne? So. Können wir nochmal gucken mit dem Groven? Da bleibt auf jeden Fall was stehen. So. Guck mal, da sind wir schon mal eine Runde rum. Seht ihr der Ruckizucki hier? Ja, ja. Quatsch nicht. Mäh mal. So. Wir haben dir die flücht, wir haben dir die kalkt, wir haben dir die düngt. Ja, natürlich wird die die mäht. Die hört alles uns auf die Spinn. Fangen wir zwei Streifen rum oder machen wir jetzt schon Schwade? In Bahnen. Äh, lassen wir Bahnen fahren, oder? Machen wir hier gleich schön. Und dann... Das wird nachher mit der Presse den Weg angenehmer. Jetzt wäre noch geil, wenn der Taste gibt, wo man alle Schneidwerke mit Ehemann deaktivieren kann. Da gibt es bestimmte Mods für. So wie ich euch kenne, schlägt... Äh, schlägt? Ich schlag dir mir gleich wieder was vor. Aber... Diese... Ich sag euch ganz ehrlich. Ist keine Mecker. Ist nur meine eigene Meinung dazu. Diese ganzen Zusatz... Fahrzeug, Traktor, Mods und sowas. Ich finde die echt überflüssig. Weil... Das funktioniert ja auch so. Guck mal, ich benutze die alle gar nicht. Diese extra Vehikel hast du nicht gesehen. Dies, das, Ananas mit tausend verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Bis ich mich da durchgefummelt habe, habe ich das mit der Hand schon fertig. Ist eine geile Sache, dass es das gibt. Möchte ich nicht abstreiten. Ähm... Es gibt wahrscheinlich auch sehr, sehr viele, die das feiern. Also jetzt mal generell, ne? Aber meins ist es nicht. Ist wie Curseplay und Autodrive. Ihr habt schon so viele... So viele... Gespräche drüber. Ähm... Ich finde es auch geil, aber nicht im 22er. Curseplay aus dem 19er. Mit der Menüführung. Ehre würde ich sofort mit Kusshand würde ich das nehmen. Aber so... Ah, ah. Deswegen bin ich mal gespannt, ob Curseplay in 25er kommt. Und wenn wie? Und wenn geil ist, ja. Sonst, nee, dann bleiben wir dabei. Also da... Hat ja gar keinen Stress mit, ne? Wenn mir das vom Menü und von der Handhabung nicht gefällt, dann, nee, ist wie Precision Farming. Und der ganze Quark ist geil, aber ich finde es nicht geil. Und deswegen spiele ich damit nicht. Das ist der einzige Grund. Also alles, was ich nicht mag, benutze ich auch nicht. Auch wenn es toll ist und funktionstechnisch der Hammer. Aber wenn mir das nicht gefällt, dann gefällt mir das nicht. Da bin ich vielleicht doch sehr pragmatisch. Aber ist so. So, wir haben fertig, Collegas. Schneidwerke für Jut befunden. Das gefällt mir. So, müssen wir nochmal gucken, wo wir den ganzen Quark hier abparken. Haben wir jetzt eine Wiese vergessen? Nee. So bin ich. Müsste alles tippitoppi sein. Na, hier würde ich mir langsam folgen, den Strober hier. Schober, Strober. Dann. Ui. Das ist jetzt ein bisschen kaputt. Wir brauchen ein neues Messer und die Plane, die ist eingerissen. Hier ist noch Luft, guck mal. Das kann man hier so hinstellen. Ich weiß nicht, das Frontschneidwerk hätten wir vielleicht ja nicht unbedingt gebraucht, oder? Wollen wir dann mal hier Arbeitsbreitenvergleich machen. Das hat 3,2. Das hat 3,1. Ja, der Vicon ist schon cool. Das passt halt schön zusammen. Den anderen behalten, das habe ich gerade beschlossen. Und, Leute, dann geht es beim nächsten Mal mit der Presse in die Schlacht. Ich will mal gucken, was hat denn die für eine Leistungsanforderung. Wir sind lange genug mit den neuen Fenty fahren. Wird Zeit für was anderes. 140, das ist ja geil. Wollen wir mit dem MB-Truck machen? Ja, oder? Hätte ich ja ein bisschen Bock drauf. So, wir nehmen in den Kercher und machen Sauber. Cool, ey, haben wir echt geschafft. Guck mal, ich habe zwar mit dem Radlader ein bisschen rumgefummelt, aber hey, dafür haben wir die Wiesen alle abgemäht. Und das liegt im Schwad. Wir können direkt pressen. Finde ich schon sehr, sehr gut. Die Hühner sind gefüttert, Weizen ist vom Feld, läuft gerade. Wir haben haufenweise neue, coole Sachen. Okay, ja, wie gesagt, dann mit dem nächsten Mal mit dem MB-Truck, oder? Dann holen wir uns die Presse. Ich weiß nicht, ey, warte mal, was kosten die? Hm, ich glaube, wir mieten uns die. Die sind ein bisschen doll teuer. Okay, beim nächsten Mal, Freunde. Ihr kommt vielleicht wieder mit dabei. Bis dahin, macht keinen Quatsch und Rinihauen. Bis dahin, macht keinen Quatsch. 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 Vielen Dank.